Wie kannst du eine Metamask Wallet und andere Multicoin Wallets in Cointracking importieren? Die Antwort dazu findest du in diesem Video. Abonniere auch gerne meinen Kanal für weitere Cointracking Tutorials. Cointracking ist übrigens bis 200 Transaktionen komplett kostenlos. Probiere es einmal aus. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Die empfohlene Option für die Anbindung einer Metamask Wallet oder einer anderen Multichain Wallet ist der Blockchain Import. Benutzt du zum Beispiel die Metamask mit 2 Ethereum Adressen, einer Polymer Adresse und einer Binance Smart Chain Adresse, dann willst du in Cointracking 4 Blockchain Imports anlegen definieren. Beispielhaft importiere ich mir nun hier eine beliebige Binance Smart Chain Adresse. Ich kopiere mir dazu die Adresse aus der Metamask Wallet und in Cointracking gehe ich nun zu dem Menüpunkt Import, Neuer Import, scrolle hier nach unten zu dem Bereich Blockchain und wähle hier aus Binance Chain. Hier gebe ich nun die Wallet Adresse ein. Jede Wallet Adresse die du importierst, kannst du einen jeweils sprechenden Börsennamen vergeben. Ich gebe hier einmal einmal Börsennamen mmbsc1 und klicke dann auf alle BNB Transaktionen importieren und stop aktivieren. Im Hintergrund werden nun die Transaktionen von der Blockchain in Cointracking importiert. Die so importierten Transaktionen findest du dann unter dem Menüpunkt Transaktionen wieder. Hier kannst du diese auch bei Bedarf noch manuell weiter bearbeiten. Hast du Fragen zum Blockchain Import in Cointracking? Stelle diese gerne unten in die Videokommentare. Bis zum nächsten Mal!